Hallo, ich bin Antonia, ich bin 13 Jahre alt und spiele mit Peter zusammen in der Stammkapelle von Schöneburg. Hallo, das ist der Lars, der spielt bei uns in der Kapelle Tenorhorn. Er ist 15 Jahre alt. Hallo, das ist Andi, die spielt bei uns in der Kapelle Flügelhorn. Wir präsentieren euch ein Konzert in noch nie dagewesener Mischung. Und wir sind zusammen, der Musikverein Schöneburg. Schöneburg Schöneburg Kommt alle zum Konzert! 17. April Viva! Versll' Jan 2 Jan 3 ido Jan 3 Jan 5